Meine Damen und Herren, am 18. August kommt das geilste Festivulator. Rock am Schilf im schönen Allgäu. Geile Leute, geile Landschaft. Ihr werdet nie was Schöneres erleben. Kommt hin, schaut es euch an und ihr werdet begeistert sein hier. Also wirklich. Ein Abo Eintritt, ein Abo Eintritt. Ein Abo Eintritt.